ja hallo hier meine zuschauer heute mit einem besonderen let's play brett ponys mein lieblingsspiel ja und welches sollen wir aussuchen also welches ponys gibt es sowas das sieht aus wie eine kuh oder noch so ein schwarzes ein weißes und so ein braunes ok was für haare möchtest du haben so gelockt oder so glatt gewählt leon ok kurz oder lang ok was für eine farbe warte mal kurz lila ah ja so gut jetzt machst du kriegst das noch so ein paar schleifen wenn es da ah man die ist daneben gegangen ach das ist egal und so ein paar ins gesicht geklatscht und noch so da noch was und da und hier ein paar blumen auf die augen auch hat das ist das sieht doch toll aus herzen herz 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 fantastisch krass hier kann man noch die schuhe nehmen mann warum kann ich das nicht spielen ich hab's nicht drauf krass ok jetzt bin ich damit fertig ok das war's euch schon mit diesem let's play wir werden uns noch einmal die show die das werde ich jetzt so laufen lassen fantastisch es werden auch weitere paar zeugen von diesem unglaublichen spiel von diesem unglaublichen let's play ja dann bis zum nächsten mal 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 ja dann bis zum nächsten mal